Wir sagen Danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Jetzt sind wir wieder vor allem fürs Durchhalten. Naja, ich werde es mal irgendwann vielleicht mal am Off noch probieren. Vielleicht sollten wir nicht mehr sterben. Ja, das wäre eine Idee wert. Wenn nur nicht diese Mission so einfach nur noch scheiße wäre. Leck mich aber noch. Tricks, scheiße. Behinderte Mission. Ich verschlies es halt nicht. Also egal, eigentlich sollte es nicht sein. Also so gar nicht. Wie auch immer der Caragor jetzt da rauskam, aber okay. Das ist das Werk der Numenora. Eine uralte Kultur, deren Erfindergeist nur von ihrer Eitelkeit übertroffen wurde. Schön, dass wir da auch noch was lernen hier. Reisetour mit Celebrimbo und Talion. Moderiert von mir. Danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Da kümmern wir uns dann um die Karnenaufträge. Hoffe ich, weil die haben wir jetzt mal wieder auf 100%. Ja, und das muss ich vielleicht auch nochmal machen. Wäre eine Idee wert. Naja. Genau, und dann kann ich irgendwann Schindraum noch stürmen und dann können wir uns zum Gorgorot. Und dann kommen noch die Bruce-Aufträge. Und irgendwann soll nochmal ein Etari-Lauftrag kommen, aber der wurde bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Naja. Und dann haben wir den Scheiß hier. Ich bin gerade so. Man merkt's. Tschüss. Und dann können wir uns. Ich bin gerade von dir.